Na Männer, alles klar. Und damit heiße ich immer wieder ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge U-Boot hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind mit unserem U-Boot, den roten Teufeln, gerade auf dem Weg Richtung Atlantik wieder, um Black Pit zu beenden. Doch unterwegs gab es einiges, was ich vom Opa-Hand zu erfahren habe. Und da kommen wir gleich drauf zu. Erstmal machen wir jetzt das Radio aus. Na, komm her. So, passt. So, da haben wir es. Okay, wie gesagt, es gab einiges, was ich unterwegs so erfahren habe von unserem 1WO. Und zwar haben wir ein neues Besatzungsbegleit. Das ist der Bounty Gamer. Ich habe den jetzt einfach mal Bounty genannt im Spiel. Der ist gerade auf dem Turm und hält mir jetzt Seewache. Und ist auch ein fleißiger Zuschauer unserer U-Boot-Let's Play-Folgen. Wenn ihr natürlich auch mit dabei sein wollt, schreibt es in die Kommentare und ich füge euch der Mannschaft hinzu. Und gemeinsam können wir dann hier dicke Abenteuer erleben. So, was gibt es Neues? Ja, okay, wie gesagt, wir haben den 16. Juni 1941. Wir sind mitten im Atlantik, haben gerade den Begriff von Biscay verlassen. Und sind unterwegs in den Planquadraten BE5, BE8. Um da dann Schiffe zu versinken. So wie es ist. Zwischendurch gab es natürlich einige Informationen, was im Landurlaub so passiert ist. Der Pirsching, den mussten wir nämlich aus der Ausnüchterungszelle rausholen, könnte man sagen. Und unserer Küken, der Max Mustermann, tja, der hat es geschafft, ne? Er hat seine Jungfreundlichkeit verloren. So ist es. Okay, wir wollen jetzt aber gleich nochmal den Kontrollgang des Boot machen, ob alles soweit in Ordnung ist, bevor wir dann in eine Zeitraffer gehen, weil wir wollen ja schnellstmöglich in unseren Planquadraten ankommen. Okay, schauen wir mal. Erstmal Lenzpumpe. So war alles drauf, letztlich nicht gelohnt. Dann kontrollieren wir gleich die Kombüse. Hier ist ja nochmal ein bisschen Platz, was zu futtern. Dann packen wir da mal ein bisschen Rindfleisch rein. So. Dann werden wir mal Luft anschalten. Ja, wir sind jetzt schon ein paar Tage auf See. Zwei jetzt insgesamt. Fast auch ein paar. Und mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Wir werden erstmal schnellstmöglich zusehen, dass wir unseren Planquadraten erreichen. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Und wenn wir den erreicht haben, melde mich zum Dienst. Was jetzt gleich der Fall ist, und zwar jetzt. Da sind wir. Passt. Lange Leben der Zeitraffer. Gut. Okay. Wir werden jetzt gleich schon mal auf Suchkurs gehen. Burago wird erstmal Funktelegram absenden, dass wir den Planquadraten erreicht haben. Opa geht an die Beobachtung. Dieselmotoren sind besetzt. Das Ghetto braucht keine zwei Matrosen. Das ist total unnötig. Okay. Und dann können wir den jetzt auch schon abschicken. Operationsgebiet erreicht. Mal schauen, was das BDU uns jetzt sagt. Wird einen kleinen Moment dauern. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier Glück haben und was finden. Ja. Und dann haben wir es auch schon so weit. Dann geht der Burago jetzt erstmal pennen. Wir fahren erstmal ein bisschen über Wasser weiter. Und werden dann, wenn der Burago sich ausgeruht hat, auf Tauschstation gehen, 50 Meter und mal rundum horchen. So. Da ist er jetzt auch schon. Passt doch. Okay. Was ist denn hier los? Wenn ich das schon wieder sehe, du musst gar nicht an die Kartenüberwachung. Du gehst in die Ruhepause. Und dann werden wir jetzt mal runter auf 50 Meter gehen und mal rundum horchen, ob wir was finden. Hoffe ich zumindest. Wechseln auf E-Motor. Nix zu hören. Okay. Opa Hans wieder auf Brücke. Und dann fahren wir mal weiter. Hier wird es ja wohl was geben. So. Dann können wir auch gleich mal die Dieselmotorenschicht wechseln. Und dann schauen wir mal. So. Jetzt stürmt das auch noch. Und runter. Nochmal umhören. Wechseln auf E-Motor. Auf C-Ruhr-Ti. Nix zu sehen. Nix zu hören. Wechseln auf Dieselmotor. Okay. Dann schicken wir Borago jetzt auch mal in die Ruhepause. Da ist schon ordentlich Diesel verzogen hier, ne? Muss man jetzt dazu sagen. Aber wir sind jetzt auch noch nichts entdeckt. So. Okay. Ja, seht ihr jetzt die Fähigkeit, weil der Disketto jetzt die Navigation kann, haben wir bis zu 150 Prozent bei der Aktualisierung der Karte. Das ist schon mal richtig cool. Dann können wir unseren Kurs nicht mehr verlieren. So. Und dann nächster Schritt und wieder tauchen. Tauchen auf 50 Meter. Und umhorchen. Wechseln auf E-Motor. Aber ist nichts zu finden. Gar nichts. Gar nichts zu finden. Okay. Wollen wir nur mal kurz durchs Boot gehen. Das gallert ja auf ohne Ende oben. Wir sind mitten im Sturmtief drin hier. So. Schauen wir mal. Ach, sind schon an. Sehr gut. Wollen wir mich um die zu kümmern. Was für ein scheiß Wetter. Ob wir da irgendwas finden, ist die zweite Frage. Wir kommen auch glücklich kaum voran bei dem Sturm, ne? Ja, es geht. Es geht. Okay. Zeitraffer beschleunigen. So müde. So. Und dann müssen wir noch mal gucken bei den Dieselmotoren jetzt, ne? Schicken wir den Pershing ran. Und Abwärts. Nichts zu hören. Nichts zu sehen. Nichts zu hören. Nichts zu sehen. Wo sind die denn alle? Das gibt's doch gar nicht. Okay, das Wetter scheint sich gelichtet zu haben. Und noch mal tauchen. Wechseln auf E-Motor. Nichts. Wechseln auf Dieselmotor. Nichts zu hören. Nichts zu sehen. Okay. Können wir nicht ändern. Du, gehst erst mal in die Rührpause, Burago. Können halt nicht immer Glück haben. Das wird ne ewige Suche. Aber das kriegen wir hin. So. 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 Noch mal Kette. Ah, da haben wir was. Schornsteinrauch am Horizont. Abfangkurs berechnen. Abfangkurs berechnen. AK. Da fahren wir mal hin. Schneller, schneller. Mal gucken, was wir hier haben. Ein einziger. Besser wie nix. Muss man jetzt dazu sagen. Läge mich zum Dienst. So. Was haben wir denn hier? Oha. Ein kleiner Kanadier. Oder England. Je nachdem. Na gut. Okay. Den holen wir uns. Besser wie nix. Dann würde ich mal sagen, wir schicken Les Ghetto schon mal ans Deckgeschütz. Herr Kalloy. Herr Kalloy. Kapitän. So. Einmal Funkbericht melden. Außerhalb der Reichweite. Na ganz toll. Ja doch, da ist er. Zack. Weg damit. Das Ghetto. Ab ans Geschütz. Den werden wir jetzt uns holen. ein kleiner. Ist das ein ganz kleiner. Ja, der hat uns jetzt entdeckt. Der macht Alarm. Dreh geht aber nicht weiter. Den werden wir uns ganz gemütlich mit dem Deckgeschütz holen. Was hat denn der drauf an Speed? 16 Knoten. Oh, er war ziemlich dicht jetzt schon. Herr Kalloy. Und Feuer. Fertig. Feuer. So. Ich hab mir noch gelacht, wenn wir die nicht versinnt kriegen. Ah, scheiße. Das war nichts. Ja, der hat schon Schräglage. Achtung. Ja, der geht runter. So. Gucken, was wir hier haben. Ein paar Matrosen. Die nehmen wir an Bord. Wir sind ja nicht so. So. Und dann können wir das auch gleich abschicken, dass wir den ersten haben. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Wie viele Tonnen muss ich denn noch? Okay, hier stehen jetzt 23.728 Tonnen. Das sieht schon mal nicht parkiert aus. Dann werden wir den jetzt mal abschicken, den Bericht. Oder hat er den jetzt schon zugezählt? Zu dem. Weil ich weiß, ich hab mir das aufgeschrieben. Der Stand ist eigentlich gewesen, nachdem ich Black Pit das letzte Mal beendet habe, war bei 21.488. Der hat das schon zugerechnet. Das ist gut. Da hätten wir uns das Funktelegramm auch sparen können. So. Okay. Ja. Weiter geht's. Dann würde ich sagen, wir fahren mal hier unten in die Ecke. Da scheint nämlich was los zu sein. Halbe Fahrt. Das Ghetto. Du kannst wieder in die Ruhrpause gehen. Und dann werden wir noch mal schauen, ob hier soweit alles okay ist im Boot. so Lenz-Pumpe ist an. Diesel-Motoren laufen recht gut und flüssig. Romöse. Und ein bisschen Obst reinpacken. so. So. Druckluft-Geräbe wird auch voll. Machen wir trotzdem mal an, warum nicht schöne Kurischkulisse. Das sieht doch nicht schlecht aus. Was gibt's hier heute? Ach, das ist die Überlebenden. Die essen hier, die essen hier, die essen hier eine gute Suppe. Gut. Okay. So, Kursbestimmung ist bei 108%. Dann machen wir mal einen Schuh. Dass wir hier schnellstmöglich rauskommen, wieder aus dem Gebiet. Fahren wir gleich AK. So. Haben wir. Halbe Fahrt. Und weiter. Fahren wir noch mal ein bisschen runter. So. Jetzt ist die Chance gekommen. Und dann hören wir uns mal um. Ob wir irgendwas finden. Sehr wohl, Herr Kalloy. Es regnet schon wieder. Ein ziemlich verregneter Juni. Mal gucken, ob sie irgendwas hören. Wäre nicht verkehrt. Das Ghetto hat eigentlich auch genug gepennt. So. Pershing. Du gehst auch mal in die Ruhepause. Und Mustermann geht an die Dieselmotor. So machen wir das. Und dann hören wir uns gleich mal um. Ob man noch was findet. Aber da ist nichts. Okay. Dann geht Burago jetzt auch mal in die Ruhepause. Und wenn wir hier unten in der Ecke sind, hören wir uns doch mal um. Jawohl. Mal schauen, ob wir noch irgendwas Tolles finden. Das ist auch nichts. Im Funkbereich ist nichts los. BDU meldet gar nichts. Nennt er nada nix. So. Okay. Nochmal tauchen. Wieder nicht. Wechseln auf Dieselmotor. Wieder nix. So. Opa, du musst aber an die Überwachung. Einer muss oben bleiben. So. Das Ghetto kann auch in die Ruhepause. Und dann mal schauen. Tja. Schleunigen wir mal. Aber ich glaube, wir werden kein Glück haben. Ist nichts los hier. Ne? Ja, dann würde ich mal sagen auch, wir machen in der nächsten Folge an der Stelle weiter, meine Freunde. Ich hoffe natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr bei U-Boot verpassen wollt. Und wenn ihr ein paar richtig coole Bilder von U-Boot habt, haut die mal bei uns im Discord rein. Der Bauti hat uns da im Discord einen Textbereich gemacht, wo wir Bilder, Erfahrungen und Informationen über das Spiel teilen können. Ich verabschiede mich von euch. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.